Du musst starten, Sarbex, ne? Du musst aufs Spiel starten, da klickst. Ganz einfach. Einfach aufs Spiel starten. Wo? Wo denn? Hä? Nee, warte. Ist er das richtig eingestellt? Das 2? Nuke und Mirage. Mirage. Ja, mach. Go. Macht doch einen. Ihr könnt doch einfach bei jedem Kill von Sarbex einen kurzen trinken. Ich glaube, dann kommen wir ganz gut weg. Ich glaube, dann kommen wir alle mühter nach Hause. Dann braucht ihr nicht mal Alkohol. Nee, das kann doch nicht mehr. Nein, okay, die Runde ist fake. Darky hat einen Kill. Den kann gar nicht real sein. Wollen wir da einen B? Du hast auch einen Kill da. Du musst falsch sein mit der Runde. Die sind B, Leute, ne? Ich versuch die von den Rats zu kicken. Ich versuch, dass meine ALP nicht weggeht. Wow. Nice, Leute. Nice, nice. Wenn wir das Spiel gewinnen, dann... 1-3. So gut waren wir noch nie vom Verhältnis her gesehen. Ich zeig dich an wegen Proof-Mods. Bei dir konnte man nichts mehr töten. Oh mein Gott, ich hab gerade auch mein Handy. Nein, die sind B, 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 B. So, da gucken wir mal Zabex Block zu dir hier. Sehr schön, genau, nice. Da kommt, da geht's nicht hoch, du. Was könnt ihr eigentlich noch schaffen? 0 gegen 3. Wenn man noch eurem Skill geht, 0 gegen 5. Ich werde, es gibt noch einen Team-Kill gehen. Ach, läuft. Nice, sehr schön, Leute. Mann, ich hab so keinen... Was, was hast du, ne? Was hast du nicht? Was hast du nicht? Kein Fick, ja. So fett wie du bist will das auch keiner. Das geht noch so lange, bis du mal 300 Tonnen abgenommen hast. 200 Tonnen? Bomb ist down. Bomb ist down, Bomb ist down. Kommt zur Bombe! Wo seid ihr denn? Ja, Leute, so gewinnen wir nicht. Was ist das denn für ne Waffe, Mann? 54 in 2, Alter. Das kannst du sonst noch erzählen. Wie heißt dein Kanal? So Gott, du lispelt. Wie heißt dein Kanal? Wie heißt dein Kanal? Gespeichelt, Alter. Ach, gespeichelt heißt dein Kanal. Oh, junger Krischi. Nein, nein, komm. Das kann ich mir nicht angucken. Wie heißt dein Kanal? Wie heißt dein Kanal? Hurra! Wie heißt dein Kanal? Oder wie heißt dein Kanal? Einfach bitte wenigstens so lange durch, bis er die scheiß Bombe gelegt hat, Mann. Entschuldigung, entschuldigung. Wie heißt dein Kanal? So lustig ist das gar nicht. Sprachfehler sind nie lustig. Wie heißt dein Kanal? Nee, Alter, so lispelt und dieses gleichzeitig, Alter. Das ist ja richtig krass. Aber am cool war. Hier ist mein Wetterdun. Theoretisch könnte ich mal ein CSGO-San auch ausmachen, weil die Fressehäuser kann die sowieso nicht. Wie heißt dein Kanal? Wie heißt dein Kanal? Hab ich irgendwas verpasst oder so? Habt ihr geküfft? Junge, so lustig war es auch nicht. Wie heißt dein Kanal? Nein. Das ist richtig lustig. Nein. Es ist schon lustig, aber nicht so lustig. Übertreibend. Nee. Mach der gerade den YouTuber nach, oder wie soll ich das verstehen? Nee, nee. Der YouTuber gibt so. Ja, die war schon weh. Ja, komm, Hals, Maul. Mit Gott. Auf B, kommt ihr mal. Yo Leute, willkommen zu einer neuen Analyse. Ja. Hahaha. Wie viel zu dem? Wer f...klar, alter. Scheiße. YouTube, wenn du zuguckst? Ich tische dich. Hahaha. Haha. Ähh. Fuck. Die kommen A wahrscheinlich. A wahrscheinlich. Ihr habt die Runde jetzt nicht geholt, oder? YouTube, ey guck zu. Ihr seid solche Huren. Ihr habt Glück, dass... Hahaha. Aber sie hat das noch weggepackt. Der labert ja so viel, man. Hahaha. Alter, einfach raus, ey. Der nervt, Alter. Der, 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 der mehr als die alles gesammeln, ey. Der ganze Locker defusing. Ey Leute, ich hab'n K. Auf zum Spot. Und er sieht noch genauso aus wie vorher. Nice, die Explosion hat's richtig ge... Hahaha. Ne, komm. Du Lappen. Hahaha. Du Lappen. Hahaha. Hahaha. Gute, wer schreibst du, oder schmuckst du da? Auf deinem Gesicht. Hahaha. Ja, oder? Ja. Der ist Anschein-Flei. Beim Seiten-Sing-Gain. Blei. Wow. Hallo Akbar! Hahaha. Was ist los? Easy, Hallo Akbar Power. Ich wär' tatsächlich Spawn. Jürgen, wir können ja hier locker noch mehr rausgefragen, Leute. Da sind wir für die coolsten Noten in unserem Mathematik-Club. Hahaha. Ich wette, das beeinflusst meine ZDB-Quali-Analyse. Nein. War mir viel zu tröschend fünf Punkten hier. Es war mir viel zu un... Aber zehn Euro würden sie beeinflussen. Das ist aber... YouTuber, bitte bewerte mich fair. Oh Leute, ich lütte gerade vollkreis. Meine Mama, wer wüsste sich gleich auf mich ein? Danke. Danke. Wie lange dauert es bei einer schwarzen Frau Scheiße stehen? Neun Monate, lololololololololol. Hahaha. Danke für your donation. Das Geld wird sicherlich gut angelegt. Jetzt hör' mal um, Gang-Gun. Hör' mal du ihn. Hahaha. Also was? Joppel-Moral. Joppel-Moral. Bitte. Warum bin ich hier eigentlich gerade? Was ist denn los mit uns? Was? Seid ihr alle behindert, oder was? Digga, meine... Ich hab mir gerade meine Zunge da durchgebissen. Ich glaub, wir müssen mal ein bisschen das Sprechen lernen. Glaubst du, wo gehen wir letzt hin? Ich glaub, er guckt gar nicht mehr. Ich versuche wieder ein Messer zu holen. Ich kann's nicht versprechen. Du zapperst beim Leben. Ich hab auch mal ein Bildchen gekauft. Ich schröne dich. Hahaha. Ich kann nicht mehr. Oh, das ist echt nicht cool. Dann können wir uns erstmal ne Runde ausruhen. Ah, Lerangmann! 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 Timkombi! Ja, ich komm jetzt spät. Ich bin schon fast da. Connection! Connection! War noch einer! Connection! Connection! Er hat euch geschrieben. Ah, hauptsache ich nicht... Ach, wieso nicht spät? Warte. Ihr nicht spät! Ihr spät! Macht euch aber nur über mein Sprachfehler lustig. Machen wir gar nicht. Ich glaub, du machst jetzt gerade über unser Sprachfehler lustig. Machst du mich schon so? Wir machen euch gar nicht wie euch hier, Jukupair! Es ist echt gemein, sowas für uns überhaupt nicht. Einer ist Füße gewesen, Leute. Hallo Akbar! Alter! Alter! Also wenn's schonmal, äh... Thomas. Sven ist, dann hat er schonmal schlichtig... Sven. Ich bin Sven. Warum bist du Dane? Oder Thorsten. Oder Stefanie. Thorsten. Hallo. Susi ist Dütze Dane mit Zucker und Zimt. Das ist wie geil da. Scheiße, Jacqueline. Ich bin jetzt alle mal der YouTuber. Du aber bleib' schnell! Ey, das ist echt gemein, Mann. Ich kann nichts dafür. Einfach mal auf einen Spot. Schott! Hier ist die Bombe! Hier ist die Bombe! Allein einer schreibt hier, Hauptsache man kommt in den Stream und sieht Kuchen Geschmack mit Sprachwisch. Wenn du uns so dumm möchtest, dich zu finden, brauche ich dich nicht! XXL! Ihr müsst kommen! XXL! Wollen wir uns dann umarmen? Wenn ihr kommt, sind das die 10er XXL-Tuber-Days. Da verlässt man die Gefühle. YouTuber, komm auf den XXL-Tuber-Cave! Ich glaub, der caved! YouTuber, stört ich jetzt eigentlich oder ist das noch in Ordnung für dich? Wenn mich so weit gehen, sag mir Zeit, dann machen wir weiter. Ich hab 8,6,4 Wollen aus. Ja, die Runde läuft sogar richtig gut für mich. Ich glaub, ich kann hier noch ein bisschen was reißen. Ja, Leute, kommt eigentlich hier oben den langen Gang lang. Weil es richtig gut ist. Hallo, Aqua! Los, raus, raus, raus! Zwei sind Klaus! Zwei sind Klaus! Zwei sind Klaus! Zwei sind Klaus! Einiger Tissi! Tissi ist noch einer. Zwei. Zwei sind Klaus! Zwei sind Klaus! Achte, was ist den Klaus mit euch mein! Ich creya hier! Mischen, mit der Möglichkeit hier den den zurückzuholen. Oh, das ... Wirklich gekonnt aus. Oh, nice, 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 nice! Er macht, er macht meine Freunde! Was ist das bitte hier! Wie spannend kann dieses Spiel noch werden! 10 zu 11. Wir holen auf meine Freunde dranbleiben. Ruhig bleiben, nicht übertreiben. RUHIG, RUHIG HAB'ICH GESAGT! Genau, kauft ihr keine Waffe, Darki. Dieses Lichtbild macht alles besser. Die haben Echo anscheinend. Die haben Echo. Der Echo Fresh? Scheiße, wir haben ne Bushido. Einige auf einiger Gron, einiger Gron. Ich hab' ihn! Ich hab' ihn! Ruhig, ruhig, ruhig. Wir müssen nicht die Hoffnung verlieren. Ist Darki nicht dieser fette Waru-Hurensohn? Ja. Ich heiße nur neidisch, weil ich mit meinen Licks bin. Nein, Leute, was ist denn los mit euch? Ich mein, das könnt ihr doch nicht bringen. Ich heiße nur neidisch, weil ich mit meinen Licks bin an der Weiber rumflinken. Äh, Knoten. Weil ich das jungen Rotchen geht. Nein, Leute, was ist denn los mit ihr? Das können wir nicht gewinnen. Erstmal kurz gehen, kurz. Es deckt nie in der Mitte kurz. Wir gehen nicht kurz. Über mich kurz. Kurz. Jetzt schon 20 Minuten. Dann kann ich wieder mitspielen. Ja, nice, nice kurz, Leute. Nice, ich geh' da mal alleine kurz. Ihr Nutten-Söhne. Digga, wisst ihr was kurz ist? B. Oh. Wisst ihr was auch kurz ist? Oh Mann, seid ihr spaßlich. Ach du, hier. Genau, vollflash mich erstmal. Ja, super. Super, super, super. Come on. Nein, nein. Du kaufst dir bitte nie wieder ne scheiß AWP, du Nuttensohn. Ja, seit nem Jahr mal wieder mit der Waffe. Ja, und du lässt das auch, sonst kriegst du nen Headshot. So, wenn ich gleich wieder mitspiele, mach ich nur noch Tee. Nein, ich brauche ne zweistellige Killanzahl. Ich brauche ne zweistellige Killanzahl. Ich muss es schaffen. Ajoa, Spaß. Ja, verstehe. Aber ich fühl mich ungereal, ich fühl mich, was ich überhaupt schaff. Nein, ich schauber mich, du musst laufen. Jei, jetzt versuch's doch wenigstens, Mann. Wir gehen jetzt Mitte. Alle da, wo der entire gerade stand. Da gehen wir hin. Und dann gehen wir in diesen kleinen Gang, daneben der Mitte, gehen wir lang. Und rushen durch. Habt ihr das verstanden? Wahrscheinlich nicht. Alles klar. So ich noch mal ein Fetisch sagen, zahle ich. Alter, das hört sich einfach genau so... Hallo, Leute. Hallo, Leute. Hallo, Leute. Der, 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 der. Hallo, Aschubar. Ja, ich, ja, ich, ja, ich hab wunderbar. Da, ich bin schweig gegen gleich, Darkly. Darkling macht gleich, Darkling macht gleich, zähl ich einfach. Oh, ich hab' ich's mal gleich, nein, nein! Ja mein Gott, ich geloß mit euch, dass euch da fantastisch ist! Halt ja auch auf, can you, Klobär-Klob-Arschen? Oh, ich hab' ich mal zur Erse, in welchen Kinder! Schalte euch, schalte euch, schalte euch, halte eure Fressen! Nein, 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 oh mein Gott! Es gibt einen YouTube-Bier und einen YouTube-Bear. Oh mein Gott! Alter, Werder! Ich! A, A, G, A, geht A, geht A, geht A, schnell, schnell, schnell! Wenn wir das in die Charts schaffen! Das sind mega lustig, Alter! War das ein Video, wie ich ihm ne Klasse schaue? Nice, 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 nice! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Kommt, das läuft jetzt nicht verkacken! Oh mein Gott! Face sie nicht, Face sie nicht! Oh! War jeder so ein... Ja, das war nice, das war nice, Darkling, nice, nice, nice! Das Darkling ist im Spiel! Schill sind noch zwei, ne? Der kann nicht holen, komm! Der ist Jungle! Nein! Jungle einer! Er hat noch 30 AP! Oben drauf, oben drauf, den Leitern, auf den Stufen! Nice! 30 AP, 30 AP! Def einfach, def einfach! Der hat keine Zeit, der kann nicht mehr, der kann nicht mehr! Mach, mach, mach! Der hat keine Zeit! Ja! Oh mein Gott! Ja! Unentschieden! Unentschieden! Was ist denn da los? Wir haben nicht verloren, oh mein Gott! Nein! Wie schreibt man? Ihr seid die ersten Hurensöhne, die gegen uns nicht verloren haben! Ihr seid sooo schlecht, man! Wir haben bestimmt 15 Spiele in Folge verloren! Ihr seid sooo scheiße, man!